Guten Morgen, Ladies and Gentlemen und willkommen zurück zu Forza Horizon 4 und heute mal wieder mit einem neuen Fahrzeug von Andi Motorsport. Ja, wir hauen in letzter Zeit richtig was raus, aber tatsächlich habe ich an diesem Wagen schon vor dem Pistol und der Performante gearbeitet, nur ist das dann leider so ein bisschen unterbrochen worden. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt endlich dieses Objekt fertiggestellt, die Chevrolet Camaro ZL1 Andi Motorsport. Und ja, erstmal so ein paar kleine Daten zu diesem Wagen hier. Wir haben 852 PS, also knapp 200 mehr als die serienmäßige Camaro ZL1, das ist ordentlich. Das Ganze mit 1001 Newtonmeter auf knapp über 1,3 Tonnen Leergewicht. Von 0 auf 100 geht der Wagen in ungefähr 3,4 Sekunden. Natürlich Messgenauigkeiten hier in Horizons sind eine Schwierigkeit. Ich habe es versucht manuell zu messen und eine Topspeed hat er von 358 kmh. Ja, wie gesagt, an dem Wagen habe ich schon gearbeitet, bevor der Performante und der Pisser von Andi Motorsport erschienen sind. Nur war das eben meine Priorität, diese beiden Fahrzeuge durchzubringen. Und jetzt habe ich mich eben rangesetzt, der Karin ist fertig geworden und ich dachte mir, Mensch, knapp vor der 250. Folge kannst du den auch nochmal raushauen. Und da kann natürlich so die Frage sein, was genau kommt denn dann in der 250. an sich? Naja, das, wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, es ist etwas, was ich vorher noch nie gemacht habe. Ähm, aber ja, das werdet ihr vermutlich diese Woche noch sehen. So, ich würde sagen, bevor ich jetzt diesen Wagen über die Teststrecke fahre, werde ich einfach mal die serienmäßige Camaro ZL1 über die Strecke fahren, damit wir auch da diesen Vergleich sehen. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns jetzt gleich auf der Teststrecke. So, da steht nun die serienmäßige Camaro ZL1 an der Startlinie und darf mal zeigen, was sie hier so drauf hat. Mit kaum Wheels bin ich losgefahren tatsächlich, das ist ordentlich. Mit einem sehr langen ersten Gang, der bis 100 kmh reicht, das hilft da auf jeden Fall natürlich rein. Danach das Getriebe aber schon relativ kurz. Und man muss ja sagen, schon die ZL1, die serienmäßige hat, zum einen umfassbar Traktion, aber zum anderen auch sehr krass Leistung. Hier hängt der Camaro, äh Quatsch, der Corvette Z06 Motor drin mit 659 PS. Das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, aber will trotzdem kontrolliert werden beim Ausgang aus engen Kurven heraus. Tatsächlich bin ich bis heute der Meinung, dass die ZL1 hier im Spiel ein wenig zu viel Traktion schon hat mit den Serienreifen. Die Serienreifen sind die Rennreifen, by the way. Aber mir als Abi-Fan ist das relativ egal, bin ich mal ganz ehrlich. Aber naja, es ist jetzt auch nicht zu unrealistisch, sagen wir mal so. Trotzdem hilft diese Traktion natürlich hier um die Kurven rum. Und ja, was man ja auch sagen kann, bis heute steht noch nichts zu einer eventuellen Z28 Camero Fest, die dann ja nochmal die krassere Version wäre. Habe ich ja schon mal in meinem Format Baudier was aufgebaut, welches ja gestern erschienen ist. Aber naja, können wir auf jeden Fall gespannt sein, ob da mal vielleicht dieses Jahr die Z28 der 6. Generation angekündigt wird. Welche ja, wenn wir die Vergangenheit schauen, die Rennstrecken-Variante ist. Oder im Prinzip schon eigentlich eher auf den Track ausgelegt im Gegenzug zur normalen ZL1. So, wir sind 276 kmh über die Ziellinie. Wir haben eine Zeit von 2 Minuten, jetzt muss ich kurz rechnen, 2 Minuten 52, 8, 4, 2. Und wir befinden uns damit auf dem Niveau des Lamborghini Gallardo Superleggerda, des Audi R8, V10 Plus und auch der Porsche GT3 RS 4.0. Also der 997er ist nicht weit entfernt. Und das sind auf jeden Fall Fahrzeuge, mit denen man sich doch messen kann. Oder wenn man bedenkt, vor knapp 20 Jahren hatten Camaros noch, oder eigentlich in Deutschland vor knapp 5 Jahren noch, hatten Camaros den Ruf, dass sie nur geradeaus gehen, nicht um Kurven gehen. Aber tatsächlich, wenn wir das auch hier im Spiel gerade sehen, meine Teststrecke ist nun mal eine Strecke, wo man mit sehr viel mechanischen und aber auch aerodynamischen Grip einfach gewinnt. Man gewinnt hier auf dieser Strecke nicht durch pure Leistung. Da bringe ich ganz gerne als Vergleich den Bugatti Divo und Bugatti Chiron zum Vergleich. Der Bugatti Divo ist ja mit mehr Geschwindigkeit durch die Stadt-Ziellinie gekommen als der Chiron. Und wenn man da eben bedenkt, dass auf dieser Strecke hier der Wagen sich mit dem R8 beispielsweise messen kann, dann ist das verdammt ordentlich. Aber gut, wie gesagt, das ist die serienmäßige Camaro Zettel 1. Wir schauen mal, was denn jetzt die Andi Motorsport Zettel 1 kann. So, da steht nun die Andi Motorsport Variante an der Stadt Siegaden. Und begibt sich mit den 840 PS auf den Weg. Tatsächlich fühlt die Leistung sehr wenig Reelspin am Start. Und vor allem auch Reelspin, der super leicht zu kontrollieren ist. Das werden wir auch gleich unten an den engen Kurven nochmal sehen. Aber ja, generell ist dieser Wagen hier einfach eine Rundum-Verbesserung der normalen Zettel 1. Wir haben definitiv mehr mechanische Rundum, wir haben mehr bzw. bessere Bremsen, wir haben mehr Leistung, wir haben weniger Gewicht. Das alles spielt halt sehr, sehr schön ineinander, gerade bei diesem Fahrzeug, was an sich ein sehr solides Grundpaket ist. Aber nichtsdestotrotz kann man mit diesem Wagen auch sehr leicht übers Limit hinausschießen. Aber das kündigt sich in meinen Augen doch sehr, sehr angenehm an. Also du merkst schon sehr schnell, okay, du bist hier hin und nicht weiter. Das heißt, der Wagen ist in meinen Augen trotz der Leistung sehr leicht am Limit zu bewegen. Und das ist grandios, wie ich finde. Ist einfach, wie gesagt, die Zettel 1 eine sehr angenehme Grundbasis. So, wir begeben uns über die Ziellinie mit weit mehr Topspeed über die Linie als die normale Zettel 1. Und wir haben eine Zeit von 1 Minute 42, 958. Und ja, das ist dann einfach mal eben 10 Sekunden schneller als die Serienversion. Und das, obwohl ich gerade mal knapp 70 Leistungsindex reingeballert habe. Ist auf jeden Fall ordentlich, wenn man guckt. Und wir befinden uns hier auf dem Niveau von meiner getunten Zettel 1, also nicht die Anti-Motorsport Zettel 1. Die ist nochmal knapp zwei Sekunden schneller. Aber auch wenn wir die serienmäßigen Fahrzeuge in dem Bereich hier sehen, dann sind wir eine Sekunde schneller als ein Diablo GT-R. Wir nehmen auch einem Performante, einem Huracan-Performante, einem 27S und einem 488-Pista knapp zwei Sekunden ab. Na, eine Sekunde, Entschuldigung. Das darf man nicht unterschätzen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, dieses Fahrzeug. Klar, hinter dem Chiron hängen wir anderthalb Sekunden her. Aber, ganz ehrlich, das ist auch nicht die Konkurrenz. Finde ich sehr stark auf jeden Fall, dass dieser Wagen hier dann doch so schnell über die Teststelle gegangen ist. Und ich notiere mir an der Stelle einfach mal auch die Zeit. Das ist dann für mich im Schnitt einfach ein bisschen leichter, dass ich nicht im Video nachgucken muss, welche Zeit er gefahren ist. So, und ich würde sagen, wir gucken uns natürlich noch ein paar normale Rennen an, sage ich mal. Wie die Camaro Darten so performt. Und ja, der Terminator würde sich anbieten, aber den bin ich jetzt so oft gefahren in letzter Zeit. Da verzichte ich heute einfach mal drauf. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal diese Strecke hier. Bin ich relativ selten gefahren in letzter Zeit, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, im Winter möchte ich die tatsächlich nicht fahren. Wir nehmen einfach mal... Komm, Mustang vs. Camaro finde ich geil. Ja, Anything Goes passt natürlich, logischerweise. Machen wir einfach mal im Sommer Idealbedingungen. Ich werde auch noch andere Kategorien fahren, natürlich. Aber jetzt erstmal Mustang gegen Camaro. Und natürlich werde ich auch noch andere Jahreszeiten fahren. Nicht, dass ihr jetzt denkt, der Wagen performt nur unter Idealbedingungen. Klar, im Regen ist ein bisschen rutschig, aber das ist mit jedem Fahrzeug. Und auch das ist hier aber definitiv kontrollierbar, wie ich finde. Ja, inspirieren lassen vom Design habe ich mich tatsächlich ein bisschen bei Hennessy. Wobei da die Inspiration eher im Nachhinein kam. Also tatsächlich... Äh, gut, das ist dann eigentlich keine Inspiration mehr. Äh, tatsächlich habe ich eben diesen Streifen mir so konzipiert, konzipiert. Äh, eben mal rübergezogen, so ganz grob, wie ich den dann ungefähr haben möchte. Und dann ist mir aufgefallen, ey, Moment, es sieht sehr ähnlich zum Hennessy, äh, zum Exorcist aus. Aber doch auf jeden Fall leicht anders. Ähm, deswegen... Ja, vielleicht war es indirekt in meinem Hinterkopf eine Inspiration, die ich mir gezogen habe, unbewusst. Aber geplant war das so auf jeden Fall nicht. Und ja, den Blauton, äh, der kommt tatsächlich davon, einfach nur, dass ich den sehr schön finde. Ich mag diesen Blauton. Äh, der steht der Camaro auch auf jeden Fall. Und ich wollte mal was anderes als ein ganz normales Gelb machen. Wie man die Camaro eben kennt. Nee, ich wollte einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Und da ist mir eben dieser Blauton hier eingefallen. Unter anderem auch, weil ich eine Camaro eben in diesem Blauton hier in meinem Regal stehen habe, als 1 zu 18 Modell. Klar, es ist eine SS, das ist vielleicht eine andere Variante, aber doch relativ ähnlich. Und da habe ich dann einfach mal ausprobiert, so, hey, wie kann man denn vielleicht einen schönen Blauton hinbekommen. Und ja, mir gefällt das sehr gut. Muss natürlich im Endeffekt jeder für sich selber wissen. Oh Gott, da war eine Forse Kante. Ja. Ausversehen gehen gedenkt. Das war mein Fehler, das bleibt nicht am Auto. Das war meine Dummheit tatsächlich. Das war so, ich habe damit gerechnet, dass das herkommt. Oder, dass das herkommt. Ja, doch, ich habe damit gerechnet, dass das herkommt. Aber es kam nicht. Aber es kam nicht. Es war paradox. Aber, naja. Trotz Forse kannte es weiter. Kann man machen auf jeden Fall. Ähm, na, was fahren wir denn noch? Ich würde sagen, wir fahren mal eine Runde Colossus. Also einmal Colossus eben. Und ja, wer mich schon ganz lange verfolgt, der wird das Design vielleicht auch ein bisschen bekannt vorkommen. In Horizon 3, äh, habe ich damals ein ähnliches Design erstellt. Habe es dann aber eben hierfür nochmal ordentlich abgeändert tatsächlich. Das war zum einen Limettengrün, zum anderen ging der Streifen auch noch ein bisschen über die Motorhaube. Ähm, was ich hier dann eben unterlassen habe. Aber ja, in Horizon 3, also das andere Design ist tatsächlich auch online noch. Das, äh, gelbe Design, das dürfte oben sein. Aber ja, das war im Prinzip die Grundlage hierfür. Wenn man es so möchte. So, ja, im Schnee anfangen ist natürlich schwierig. Vor allem, wenn die Driver-Tar auf Allrad umbauen. Dann hast du halt nur mal ein kleines Problem. Aber auf der Straße, auf der geräumten Straße, wenn wir dann die Traktion auch ausspielen können. Gerade in schnellen Kurven. Dann hat hier keiner eine Chance. So, mal easy innen an der Corvette vorbei. Äh, die Kurve verkacke ich immer. Habe ich noch nie geschafft, glaube ich. Ah, hier außen rum ist riskant. Aber ist möglich auf jeden Fall. Ja, und dann nehmen wir hier mal Schwung mit. Merken, wir haben doch nicht genug Leistung. Und stechen dann in der nächste Kurve innen rein. Ja, ich wollte eben schon gut Leistung reinhauen. Wollte aber auch nicht maßlos übertreiben. Und da habe ich mir halt so die Grenze gesetzt. Okay. Erst war ich bei 800 PS. Dachte mir aber, ja, da geht noch ein bisschen was. Der Wagen verträgt noch mehr. Habe dann den ganz radikalen Schnitt auf 900 gemacht. Und da habe ich aber gemerkt, okay, nein, das ist zu krass. Und da ist der Wagen nicht performant genug. Ähm, da hat er dann wirklich mehr Leistung als Kurvenlage. Und das wollte ich eben nicht haben. Dann habe ich eben so den Mittelschritt gewählt. Und habe gesagt, ja doch, das funktioniert so. Und da stehe ich auch dahinter, ganz eindeutig. Der Wagen fährt sich wirklich, wirklich gut in meinen Augen. Ich habe natürlich auch darauf geachtet, die Einstellungen ein wenig so zu halten, dass sie für die Masse auch ein bisschen ansprechender sind. Ich habe beispielsweise, was ich ja sehr gerne mache, ist die Bremsen nach hinten legen. Das habe ich hier jetzt nicht gemacht mit diesem Fahrzeug. Ich habe die Bremsen einen Tag nach vorne gelegt. Und habe dann aber, wie ja gesagt, im Endeffekt, dass ich versuche, da dann trotzdem die Bremsen möglichst angenehm hinzubekommen. Dass er eben trotzdem noch schön in die Kurven einlenkt. Weil dafür fände ich ja die Bremsen aufs Heck, im jeden Fall. Ich mache das ja, damit ich beim Einbremsen quasi, dass der Arsch so ein bisschen besser rumgeht. Und das geht ja eben nicht, wenn die Bremsen nach vorne gelegt sind. Das muss ich dann über andere Tricks und Kniffe machen. Funktioniert aber trotzdem sehr gut, wie ich finde. So, wir haben hier auch einen sehr akzeptablen Vorsprung. Und wie gesagt, die 358 kmh Topspeed, die sind ausgetestet. Die fährt der Wagen. Er könnte theoretisch auch noch mehr fahren, aber das habe ich dann doch für unnötig gehalten. Da hätte ich mir dann mein Getriebe, glaube ich, anderweitig zerschossen, wenn ich das gemacht hätte. So, auch das hier ist leider eine Kurve, die ich nicht so gerne mag. Ich fahre ja Kolosses auch relativ selten. Ich glaube, das erste Mal aktiv bin ich dem Community Clash gefahren, im September letzten Jahres. Aber sowohl davor als auch danach nie wieder. Also aktiv, wie gesagt, vielleicht zwischen ruhig mal ein, zwei Mal, aber... Ich finde den Streckenverlauf halt nicht wirklich ansprechend, weil es doch eher Topspeed basiert ist. Aber der Wagen ist einfach ein guter Allrounder und deswegen möchte ich auch mal zeigen, dass der auch auf so einer Strecke sehr gut performen kann. Und das tut er auf jeden Fall. Ich meine, klar, im Endeffekt muss sich jeder für sich selber entscheiden. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht mit der Leistung so in der Form nicht wirklich klarkommt. Und das eben für zu viel empfindet. Aber wenn du, wie gesagt, das Gas so ein bisschen kontrollieren kannst, dann hast du damit gar keine Probleme. Und es kann aber auch gut sein, dass der Wagen hier dafür vielleicht ein ganz gutes Testobjekt ist, womit man das eben üben kann. Weil er doch sehr schön ankündigt, quasi, wann er mit dem Arsch kommt, wie ich finde. So, ja, auch dieses Rennen ganz leicht gewonnen. Und das, obwohl ich am Start so Hardcore verkackt habe, trotzdem mit 8 Sekunden, naja, sagen wir es jemanden, halb Sekunden Vorsprung ins Ziel kommen. Das kann man machen, finde ich. Das ist ganz okay. 180.000 Credits nehmen wir gerne mit. Viel mehr Koste wagen, mit Tuning auch nicht. Ich glaube sogar weniger, wenn mich nicht alles täuscht. Ja klar, hier ist kein Motorsport drin, natürlich kostet er weniger. So, ein kleines Rennen fahre ich noch. Und zwar vielleicht mal ein etwas engeres. Ja doch, fahre ich aber mal das hier. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. So. Dann fahren wir eben noch einen kleinen Startkurs und schauen, wie der Wagen sich hier so fährt. Und ja, auch wie gesagt, die 250. Folge ist dann die nächste. Und da habe ich mir natürlich was Kleines ausgedacht. Es ist jetzt keine Mega-Spezial-Folge, wie jetzt die 200. oder vielleicht in Zukunft die 300. Aber ich habe mir auf jeden Fall was überlegt, was ich sehr cool finde. Was ich auch schon länger machen wollte, aber so in der Form noch nie gemacht habe. Es ist jetzt auch nichts komplett Neues. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie erwartet, keine Ahnung, ich gehe komplett aus mir raus. Weil wie gesagt, im Endeffekt ist es jetzt keine super Mega-Gewelderungsfolge. Es ist nur eine 50. Aber ich wollte doch auf jeden Fall was Besonderes machen. Und habe mich da eben schon was gesetzt. Bzw. habt ihr sogar schon eigentlich alles fertig. Ich muss nur warten, bis der Frühling da ist. Dann würde ich die Folge nicht im Winter aufnehmen. Das würde ich ungerne machen. Und ja, seid gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Shit, da war die Luke zu. So, hole ich mir mal beide in der Kurve. Ja, über den Schnee ist natürlich schwierig mit dem Wagen. Das sollte man im Idealfall vermeiden. Oh, die Laterne hat mich jetzt nur umgeschmissen. Fuck off. Was war denn das für eine ekelhafte Kettenreaktion? Einmal außenrum locker vorbei. Dann innen reinfallen lassen. Sich wundern, woher die Frame-Einbrüche gerade herkommen. Viel zu früh die nächste Kurve anbremsen. Komm, wir... Also, warum machen denn die Frames gar nicht so einen Abgang? Was stimmt denn da nicht? Na ja. Ja, das dürfte eigentlich auch so weit durch sein, wenn ich jetzt keinen Farbfehler mehr mache. Das Setup sowie auch das Design werden im Laufe des Tages hochgeladen. Das werde ich dann auch in die Kommentare, denke ich, schreiben und auch in den Kommentator. Ich bin auf jeden Fall sehr froh. Klar, es war jetzt sehr lange in Arbeit, aber... Wie gesagt, die anderen beiden Fahrzeuge waren mir doch ein Tacken wichtiger. Ja, ich würde sagen... Das war's für diese Folge. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich selber ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!